Diese Gemeinde wird Bord an der Ort sein, an dem die Zukunft ihren Lauf nahm. Die Schweiz, Ladies and Gentlemen, beginnt hier. Sie sind da. Wer ist da? Na, die Fremden. Ja, hoho! Migrationspolitik ist eine männliche Domäne. Mein Gott, der Fremde. Wie sieht er aus? Ist der schwer verletzt? Sein Mantel ist zerfetzt, wahrscheinlich Stacheldraht. Und ist er auch zerfetzt? Und doch, sind Sie jetzt hier. Ich verstehe nicht. Ist es denn schlecht, dass ich jetzt hier bin? Nein, nein, im Gegenteil, im Gegenteil. Und doch, ist natürlich am schönsten in der Heimat. Dieses Sündenbura, die Öffentlichkeit der Land, und das wird es! Das schwere ich Ihnen! Dann wird dieser Schweinestall von einer Gemeinde eben nun zum Gerspund des ganzen Landes werden! Sie will wie ein Fansilf damit geben. Der Deshalb ist meine Perspektivität der Kinder. Aber das ist nichts. Bis zum nächsten Mal.